Ich bin Patricia Koller. Mein Wunsch an Bayern ist, Behindertenrechte stärken. Ich habe eine große Selbsthilfegruppe gegründet für Schwerbehinderte, in denen sie dann über ihre Rechte informiert werden zum persönlichen Budget. Das ist ein Recht, das sie seit 2008 haben und leider erfahren sie in den Behörden nichts. Es wäre wichtig, dass die Behinderten von ihren Rechten erfahren, damit sie sie auch bekommen und dass sie es nicht erst vor Gericht erkämpfen müssen. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass es endlich auch mal korrekt umgesetzt wird und nicht von den Behörden boykottiert wird und dass die Behördenmitarbeiter ihrer Beratungspflicht endlich nachkommen. Ich dominiere die Netzwerkfrauen Bayern. Da kommt sicher dann auch noch einiges an Informationen, was hier nicht so gut läuft.